JET! Was geht aus? JAAAAAAA! Ah, ich mach mich mal umgeknickt! Wie geht das jedes Mal? Ey, was geht, JET? Meine Freunde, wir haben heute den alten Opel Astra. Übrigens, wer kennt unseren Astra? Ganz wichtig! Jeder, der heute supportet, und jeder, der dabei ist, am Ende des Streams werden wir den Wagen verlosen. Wir werden ein Auto verlosen, nur für euch, weil ihr jeden Tag am Supporten seid. Ey, die Couch ist aber weg! Was machen wir hier? Oh mein Gott! Hey, jetzt meldet euch an! Ey, wie krass! Schaffen wir das überhaupt mit dem Wagen? Wir zappeln die Schlange rum! Wir gehen jetzt einmal nach da! Aua? Ja? Der Wagen steht seit drei Jahren neben unserer Tür. Deswegen, wir haben den nie angemacht. Der Wagen hat 58 Fehlermeldungen. Wir werden auch gleich dem Wagen ein Cabrio reinballern. Ne? Was bedeutet das? Let's go! John, komm rein! Mach zu, mach zu! John, schnell, schnell! Schnell, schnell! Schnell! Okay! Okay! Drei, zwei, eins! Chat set ready! Ey! Weiter, weiter, weiter! Ich bin auf! Hey, ich bin auf! Ich bin auf! Ich bin auf! Sag Gott! Ich bin auf! Ich bin auf! Ich bin auf! Junge, wer hat eine Haustür in seinen Fahnen? Sein School-Judron, bitte schön! Danke für deinen Job, Baby! Ey, die Scheibe ist übrigens kaputt gegangen wegen dem Stream, wo wir hier ein Experiment gemacht haben. Ich hab Handremse, das geht nicht raus! Ey, Chip! Der hat keine Batterie mehr, ja? Junge, wie geil ist das, bitte, ja? Wenn meine Mutter sieht, die wird, glaube ich, stolz auf mich sein. Mach mal. Hallo, Papa. Übrigens, Freunde, den Wagen werden wir heute verlosen. Aber erst mal machen wir geile Experimente hier drin. Chef, an Twitch und TikTok, hier kann gar nichts schieflaufen. Wir zeigen euch jetzt, wie man ein Auto anmacht. Ja, ja, ein bisschen, John, weiter. Oh, bitte. Noch eine Aufgabe im Leben, ja? Hey, wir haben eine Aufgabe im Leben, eine Aufgabe, um zu jobben, ja? Lass den einfach schief. Red nicht, Bruder. Das wird niemals schief. Drei! Doch! Ja! Ja! Weiter, weiter, weiter! Weiter! Weiter, zwei, eins! Weiter! Weiter, zwei, eins! Weiter, weiter! Weiter! Ey, das geht niemals! Meine... Warum hast du... Nein, ey, wir wollen den doch verlosen, Junge! Okay, Freunde, wir fangen erst mal an. Mit ein paar Experimenten. Okay. Geil! Geil, geil! Okay, ey, warte, mit was fangen wir an? Ein Luftkompressor, ne? Okay, mit einem Luftkompressor fangen wir an, Chad. Dafür brauchen wir... Ein Luftkompressor. Wollen wir wissen, was wir machen? Wir werden den gleich zu einem Cabo machen, ja? Weißt du, was wir machen? Wir fangen klein an. Er macht ihn nicht kaputt, weil den gewinnt gleich einer, ja? Du hast doch gerade kaputt gemacht. Tut mir leid, Bruder, das war doch nicht... Okay, wir müssen einfach hoffen, das funktioniert. Okay, wir drücken jetzt Start. Es wird jetzt laut. Was ist denn mit dir? Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Kommt das aus! Kommt das aus! Wir haben hier einmal ein Airbag, John, halt mal fest. Und dann haben wir hier Robert. Oder zieh das Trikot aus, Junge. Der kommt hier rein. Zäh hat der BIN, es heißt 3,33 Euro. Airbag unter seinen Arsch. Könnt ihr mich bitte entbannen? Okay, bitte entbannen. Mit dem, dem, das wir in die Luft kriegen. Ich will mal gucken, wie hoch der fliegen kann. Was ist das denn mit dem? Der ECO-TA in 1, 2, 3 hat gerade abonniert. Chat, ich jag das Auto halt nur in die Luft, ja. Freunde, an Twitch und TikTok, das ist nur eine Dummy-Figur. Das sind nicht wir, hier kann nichts passieren. Wir sind ausgebildet mit Stunts-Männern. Bei meinem Führerschein im dritten Semester, im dritten Monat. Der kann wirklich ein Stück schief gehen, glaube ich. Kriegt man das mit dem Booster an? Okay, Freunde, Airbag-Experiment. Jetzt geht's los, Baby. BS hat 4,20 Cent gespendet. Mach Handschuhfach, ihr Pfeife. Dann lass das einfach so. Okay, ey, Chat, Airbag ist dran. Ihr kann nichts schief gehen an Twitch und TikTok. Hier geht nichts schief. Freunde, wir sind Staffsman. Wir sind dafür geprüft. 2, 1. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach, 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 mach! What the fuck? Robert! 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 Ey! Ey, die Scheibe! Die Scheibe ist kaputt, ich schwöre, die Scheibe ist kaputt. Die Scheibe ist kaputt! Hol Robert, hol Robert hoch! Hol Robert hoch, schnell! Robert! Hol den hoch, hol den hoch! Gib den hoch, gib den hoch! Gib den hoch, gib den hoch! Gib den hoch! Gib den hoch! Seife, Seife, Seife! 4B-Sein-9! Was, was für? Seven-9-B-4! Seine! Geh, geh, rutsch, 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 rutsch! ruh, rutsch, rutsch! Geh, 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 gib, 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 gib! Okay, Luftkompressor wurde auch repariert. Ich würde sagen, jetzt starten wir mit Luftkompressor. Sieht man was? Okay, weißt du was? Den machen wir bei Erdich hier dran, ja? Chillt! Wir kriegen den Luftballon jetzt hin, ja? Chillt! Guck mal, im Leben wendet sich alles noch zurück. Männer, habt ihr alle Eier? Ja! Das heißt, Ei, Ei, Captain! Männer, habt ihr alle Eier? Ja! Ei, Ei, Captain! Männer, habt ihr alle Eier? Ei, Ei, Captain! Dann scheiß auf Sammy und zünden! Drei, zwei, eins! Ey, Sammy! Hey, Sammy! Ah! Okay, ja! Oh mein Gott! Was, 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 was? Ja! 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 Chad, ich glaube, es wird Zeit für einen Yoga-Bad. Da ist noch ein Riss! Da ist noch ein Riss! Jetzt haben wir drei... Jetzt haben wir drei Bande! Das freut mich doch alles, ja? Ich werde die Scheibe hier zum Explodieren bringen. Okay, rein, direkt rein! Ah! 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 Ah, Junge! Ich glaub, meine Mutter ist da drin. Was, 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 was! Was nimmst du von mir? Ah! Was für Idiot, Alter! Ah, bitte, ja! Bitte, ja! Alles war ganz dabei! Ah! Ah! Was kommt da raus, Junge? Ich schwör, da kommt irgendwas raus. Ey, hey. Machen Mutter an Mutter. Drei, zwei, 2 1 Komm Baby! Wir spielen ein Spiel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Jemand fliegt hier rum, das ist nicht gut! Oh! Wo ist der? Ey! Ey! Ich hab meinen Vater siebenmal mein Ohrrad gehört, ich schwör ja! Die Leute, mach das! Und dann die Vorrede. Der ist geklappt! Der wird dick! Der wird dick! Ey! Ey! AHHHH! Schnell! Ich geh mal hin! Bitte! Ich hab Kraft! Ich hab Kraft! Ich hab Kraft! Ich hab Kraft! Klapp! 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 Yes, Baby! Yes, Baby! Yes, Baby! Yes, Baby! Chat, wir machen jetzt ein Cabrio und dieses Cabrio werden wir verlosen. Chat, meinst du, wir kriegen einen Cabrio hin? Jetzt gehts, Baby! Ey! Jetzt gehts rund, geht zur Seite! Jetzt gehts rund! Ey! John, das fährt doch runter! Nein! Ey, Sammy, hat der Wagen noch? Warte mal! Nein! Nein! John! Gleich dein Interesse! Warte mal kurz, warte mal Sammy! Ja! Nein, kaputt! Warte, warte, ich bin da! Ich schwör, ich bin da! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Ey, nicht so, dass ich hier bin! Ey! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ja, 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 ja! Sippi, Sippi! Hey, hey, hey! Sippi, hey, hey, hey! Nein! Nein, nein, gib mal her! Du machst doch wieder Angst! Oh mein Gott! Ey! Ey! Ey, bist doch super los! Ey! Ja! Das ist mein Schell! Yes, Baby! Jetzt hat er 0,50 Spielraummeldungen! Ey! Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal! Mach was, Musik, mach Musik! Mach Musik, mach Musik! Geh mal, geh mal! Chat, sagen wir ihr gewinnt, ne? Ihr müsst natürlich 18 sein und wenn ihr nicht 18 seid, muss euer Vater das abholen. Also ich kann euch nicht geben, wenn ihr neun Jahre alt seid, weißt? Ihr macht mal mit, Freunde! Es kommt gleich ein Instagram-Video online, da steht alles drin, aber Momo Web hat gewonnen, was soll ich euch sagen? Okay, Chat! Komm mal! Uns folgen, Jordan Armani, Sammy Jackson! Unser Baby Opel Astra zu gewinnen! Was ihr dafür tun müsst, uns folgen, Jordan Armani, Sammy Jackson auf Instagram! Kommentieren! Ein Kommentar ist ein los, Chat! Ihr könnt so viel kommentieren, wie ihr wollt, Freunde! Ich schwöre, ein Kommentar ist ein los! Je mehr Kommentare, desto mehr Gewinnchance eigentlich! Und jetzt die Story markieren! Und! Jetzt müssen wir auf Twitch folgen! Ich schwöre, ich verlose einfach so ein Out! Warum verlosen wir das, Bruder, ja? Chat! Wie gesagt, wir sehen uns morgen! WWE in den Chat! Es war ein geistkranker Stream! Freunde, sowas ist echt viel Arbeit! Ich sag euch ganz ehrlich, ja! Das machen wir aber nur für euch! Für euch machen wir alles! Für euch würde ich auch einen Panzer rein! Ich schwöre! Morgen wird ein 6-3! Seid gespannt! Der geht nicht mehr an! Batterie! Die sagen alle Batterie! So haben wir ihn reingebekommen! Okay Chat! 26.8.1.9. Nächste Woche Montag! Bye bye! Übrigens, viele haben gefragt! Wir sind am Samstag auf der Gamescom! Ich will dich sehen! Halt deine Fresse! Jetzt geh nach Hause! Und wer in die Fresse! Ich will dich! Und wer in die Fresse!